Dieser Ford Tourneo ist hier zum Verkauf angeboten. Der silberne Van ist fünftürig, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 26.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Bluetooth, und vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 125 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Aufmerksamkeit. Mein Bericht